Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu einer ganz neuen Folge des Soons of the Forest mit eurer, ähm, mit der Sarah, also, äh, es ist keine Frau gerade, und mit, ähm, das Sven, also Osti Osten, und natürlich euer Victim of Games, begrüßen euch, äh, grüßen euch ganz herzlich, gell, und hier, alter, wir sind noch in den Bunker. Moin, Leute, so. Äh, ja, guck mal rein, hier oben, unten. Komm, wir schimmeln mal hier ein bisschen drinnen rum, in der Bude. Oh, hier, wir hatten hier schon noch besoffen. Oh, das ist ja nichts. Ach, überhaupt so, der gute Punkt ist hier drin, ne? Äh, was ist das vor der Tür? Oh, die Hütte! Geh nicht auf? Äh, geht mal weg, ich versuch mal. Äh, geht nicht gut. Ja, na ja, 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 alles so schön, und was ist denn das? Ach, ja. Boah, nee, wie, doch, Kikert, hatten wir das nicht schon mal irgendwann einen Sven gehabt? Ja, ja, ja. Ja, wo wir bei einem 3D-Troger geworden, gell? Ja. Ach, Mist. Hat die Rede, das will ich auch machen? Nee, wir brauchen eine Kikert, die wissen wir auch noch. Toll. War ja auch wieder so rischer Weg für ein Anus. Ganz toll. Hörter, geil, Alter. For the ass. Wir kommen ja wieder raus aus der Putze. Warum kann ich ja nicht wachsen? Geht's doch noch was denn in der Höhle, nee, gell? Ja, und zwar, die Fischer sind nicht wieder da. Nee, das war in der anderen Höhle. Weiter drunter. Das war in der anderen Höhle davor gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir waren. Das ist doch schon ein Loppernbar. Ja, ich will. Komm, ich krieg dir oben einen Arsch. Geil. Es ist hell, Leute. Es ist hell. Aber ich hab schon den Hunger, Alter. Äh, warte mal, wollen wir das mal irgendwie markieren hier? Ja, können wir machen. Alter, ist das hell. Hast du noch ein GPS, äh, Sender, oder? Äh, warte, 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 warte. Ui. Ja, warte mal, hier ist ein Rad. Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nee, ich hab gehen. Guck, guck mal, da ist irgendwas auf der Karte. Ja, hier drüben. Ey, hier sind Babys. Alter, hier oben sind Babys in Haufen. Wo? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Die Fische. Ah, ihr kommt ins. Wo ist das? Das sind die Karate-Babys. Weckt das bei euch ein bisschen, oder funktioniert alles? Nö, es geht. Warte mal, hier sind noch ein paar Steckis, äh, Steckis. Ach, ne, Stickis. Oh, hier ist noch so viel. Alter, ich hab da gerade die Vor- Alter, Alter, jetzt war ich erschrocken. Ich- Junge. Alter, der Wald ist- Alter, das ist ja geil. Ey, es sind immer noch Babys. Der Wald ist gefährlich, Leute. Ey, ja. Warte, warte, hier auf meine Vorsicht. Was hat denn jetzt schon wieder gerufen, hier? Ich- Scheiß, doch. Hier kommt schon immer gerannt. Ja, 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 hier hängt ihr noch am Boden. Den hat ich rum. Da oben auch. Den hat ich rum auch. Oh, das ist weh, Leute. Füchstück. Hier oben ist immer. Hau schön. Ja. Ja, aber auch Baby, ball auf, hier. Ich- ne, ich kann eigentlich nicht kämpfen, Leute. Ich hab keine mit Stil, aber... Na dann, äh, ab hier. Komm. Da- dann lass den Kindergarten in Ruhe. Hm. Äh. Äh, oh, da drüben steht, oh, ja, noch ein Vorsicht. Oh, ja, noch ein Vorsicht. Oh, ja, noch ein Vorsicht. Los, 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 los. Ab hier. Ja, wir verschwindeln. Ja, gut, dass wir genau in die andere Richtung laufen. Ach, wo kommen wir da her? Ich- Ja, wir auch, Alter. Also, ich bin gleich tot. Das bin ich. Wo rennen wir denn hin? Ne, ey, ich weiß es doch nicht. Alles vorne Babys, Junge. Und da vorne ist, ist der Elch. Ah, lieber zum Elch. Jetzt wollte ich meine Axt nachladen mit R. Ja, lieber zum Elch. Wie viel Kronko gespielt. Ja, ey, echt mal. Warte, der Elch, warum wir den nicht killen? Ja, denke ich auch, gell. Ludus, saue. So, warte, warte, erst heute, wenn wir... Warte, warte, warte. Ähm, habt ihr erstmal alle Ehe, seht ihr es? Ja. 3, 2, 1, los. Das Fiezerhofft. Ah, da kommt jeder auf Vorsicht. Leute, Achtung, aufpassen. Laufen wir erstmal weiter. Alter, was ist denn hier los? Wollen wir hier den Weg runter? Ja, ja. Hier läuft doch ein Elch. Ich kann nicht mehr Dragen. Ich voll mit Flech. Oh, ich dicke ihn mit. Alter, was ist denn hier nur los? Oh, unten läuft noch ein... Achso, das ist der. Alter, was ist denn mit dem Spiel passiert? Achso, ja, war ja auch ein neues Update. Geht doch mal ja auch nicht vergessen. Wo ist denn unser Zuhause, wisst ihr das? Äh, ja, Vorsicht. Was ist denn das für Einer? Alter, wir müssen mal was trinken hier, Leute. Ja, freilich. Ich war bei Einer. Was ist denn da hier? Oh, ist alles voll? Hä, sind wir hier? Leute, wir müssen heben. Ja, wo gingst du lang? Hier oben ist doch aber das... Hier oben ist doch irgend so... Was ist denn das für ein Pferd? Oder auf der Karte? Oder was ist denn das? Wir müssen geradeaus hier oben geradeaus... Ja, freilich. Der Elcher greift den aber nicht an. Nee, warte mal. Da ist die Höhle. Hä? Alter, hier sind alles voll mit... Nee, wir müssen hier weg. Ich folge den Weg jetzt erstmal weiter. Oha! Ah, hier vorne ist ein Lager. Hier vorne ist ein Lager. Wartet mal. Ey, Leute, die rennen uns hinterher. Ja, aber ich bin... Ich laufe jetzt trotzdem mal kurz durch das Lager. Weil hier sind Kisten. Alles mitnehmen. Er kommt. Du scheiße geil. Das ist echt wahr, pissen. Der ist übelst ausgewichen, Junge. Alles mitnehmen, was hier gerade ist. Sven, komm her. Hast du... Ich hab zu tun gerade. Warte, 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 warte. Da hinten kommt noch einer. Sven, geh du erstmal gucken. Hey, Sven, geh erstmal gucken. Warte, wo sind wir hier gelandet? Wie laufen wir jetzt zurück? Ich könnte zum Guten hier auch. Ja, Lager zerstören. Abfahrt. Ja. Der wird ausgezogen. Umzug. Du bist ein Umzug. Umzugsunternehmen. Der Assis. Der Assis-Familie. Ich bin schon wieder halb live, Junge. Mach dich ab, du Schwein. Du spielst Haarschlein. Los, wir müssen los. Achso. Sven, wisst du noch, wo es lang ging? Nö. Ist doch Kelvin, der Häme. Keine Ordnung. Ich würde da gerne mal auf... Es ist doch blöd, dass man die Karte noch zur Hälfte einsehen kann. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Rechts, unten oder links, hoch? Wir sind ja komplett auf der anderen Seite. Links hoch, lauf links hoch. Komm, wir laufen jetzt gerade zu dem See. Wir laufen zu dem Haus da. Wir müssen über das Schneegebiet wieder drüber. Ach, schuldigung. Also wird es dauer. Dann müssen wir über die ganzen Berge. Hier ist schon wieder einer. Ja, dann ist doch scheißegal. Läuft doch einfach weiter. Lässt die Affen, glaube ich doch... Mutant mit, mit, mit... Die haben jetzt auch schon Dings drauf hier. Ähm... Mutantenrüstung. Ja, beim letzten Mal doch schon. Warte, ich höre sie überall rammeln, gell? Also, nicht das Rammeln mit den Hasen, sondern das andere Rammeln. Naja... Was? Was? Also, ich höre... Ich höre schon schon. Nicht Meerschweinchen. Meerschweinchen, weiß ich. Komm, wir hoch essen. Ich nehme hier alles mit, was hier unterwegs ist. Hier, zack, zack, mitnehmen. Meerschweinchenbraten. Mhh. Ja, wahrscheinlich schon. Mehr Alu-Wer, aber... Ja, ich bräuchte mehr Ausdauer. Ich bin wieder hier komplett... Gute Idee. Alter, ich bin wieder total Asthma. Alter. Bist du nur mal drei Stunden unterwegs, gell? Und da kommt gleich so eine gekurte Scheiße. Jungs, alles mit dem E-Drücken unterwegs. Ja, Sticky. Wenn es was geht. Ach, das ist der See. Ja, alles klar. Schauen wir erstmal drüber. Müssen wir auch mal einen Schluck nehmen? Da müssen wir eigentlich überall drüber. Wäre es nicht besser, irgendwo außenrum zu laufen? Ja, aber da läuft es noch den übelsten Weg um. Ja, da feilig. Na, hier, da oben stehen noch Bäume. Da musst du eigentlich nur, kommst du auch durch. Ist ja noch ein Nest drin. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mal Medizin, fressen, fressen. Ich denke, ja, mal hier drüben ist Ruhe jetzt. Was will ich auch mitnehmen? Seerosen kann man nicht mitnehmen. Sinn, du wirst. Ja, ohne Mist, da kommst du aus der Höhle raus, das ist ein halber Kindergarten. So, Alter. Erst mal Medizin reinpfeifen. Alter, ich schwimm hier auf dem Stein. Was ist denn das für eine gequirlte Scheiße? Lass mich doch mal hier raus. So. Oh Mann. Wollen wir auch noch mal schnell flacken? Boah, ich warte. Weiter, da. Hier ist ein Weg. Weg, okay. So, auf den Weg. Ich sehe hier nur Stehne. Helzen. Geht's auch mal hier drauf. Und dann? Odera, mit vorne wieder weg? Und dann beginnt er einfach hier drauf. Ja, würde ich auch sagen. Im wahren Leben wärst du nicht so schnell da oben. Müsstest du erst mal alle fünf Meter in Rauberbäuse machen. Ich wär nach der Höhle schon kaputt gewesen, weil ich die Treppen gestiegen bin da drinnen. Oh Mann, nimm deine kleinen Beine in die Hand. Boah, der hat ja den Ring ins Feuer gerufen, ne? Halt doch die Fresse, ey. Haben wir hier ein Schneeschiff? Wie lange, wie lange geht denn eigentlich so ein Seil von, ja, Seil-Dings-Bumms hier? Aber willst du jetzt wohl von Bergwürfel, bist du ja, dass wir schnell hoch und rum und können, wüsste wie? Ja, Quatsch mit Soße, komm, Brunner. Ohne Sinn und Vorstand. Heiße, Verzaden, Junge. Du bist ein Schöden, das stimmt. Sind wir überhaupt berichtet, wo bin ich hier? Mein Typ ist doch der Oster Pustinger. Ja, wenigstens der Osti in der Nähe. So, holt ihr einfach ab. Geil, die Krähe. Langsam, 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 langsam. Ohne, jetzt ruft der Stefan an, ich werde zum Hitler. Ich werde Stefan. Ungünstig, Aufnahme. Ja, warte, ich gehe trotzdem dran, ist mir egal. Matthias? Hallo? Grüß dich. So, naja, schön hier. junger ich weiß überhaupt nicht ob mir richtig laufen den berg von rumlaufen kommt ich weiß nicht hm Hm. Wow. Junge, eine Wanderung. Sinnlos, echt. Wenn der Typ immer aus der Pust ist, Junge. Ja. Wenn das nervt. Mir ist kalt. Du kannst doch, wir haben doch Elch geschlachtet. Kannst doch hier Dings anziehen. Fälle. Mir ist nämlich nicht kalt. Ja, mein Ort. Warte mal, da Luft doch aber. Ich sehe doch hier das Meer. Das ist doch hier verkehrt. Und Simon, ey, ich gucke jetzt. Ne, ich glück hier in der Prairie rum. Über Elberge, ich seh gar kein Grün mehr hier. Ja, da wo Kel... Und wo ist ein Calvin wohl? Wo wohin die daun? Ah, ich seh den, ich hab noch der Karte. Da wo ich schlange noch gerade aus. Na, ich seh den Calvin auch. Da ist im Schneegebiet ganz wo anders. Na ja, weil wir erstmal wieder... Wir sind ja in dem kompletten Schneegebiet. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder da hinkommen. Aber der ist eigentlich daheim. Ne, der ist... Nicht daheim. Ja, das sieht jetzt nur so aus. Die Punkte sind doch trotzdem da, auch wenn sie ganz anders auf der Map sind. Nein, der steht doch da, ich seh's doch. Drück doch mal aufs Mausrad drauf. Da siehst du doch, dass er dort steht. Ja, wo ist unsere Putze? Ja, das ist die große Question. Da! Da ist... Ich hab sie. Boah, hä? Ach so, ja doch, doch, doch. Stimmt. Ich wollte grad sagen, drück mal aufs Mausrad, drück mal selber aufs Mausrad. Ja, das hab ich ja gemacht gehabt. Ne, ich mein jetzt mit Sven. Ja, Kim, was was? Was hast du denn mit mir jetzt wieder? Was hast du denn mit mir jetzt wieder? Was hast du denn mit mir jetzt wieder? Scheiße, Schaden, ey, ich bin gleich dort, alter. Nimm doch noch mal hier, hast du... Aloe Vera, denk sie, bumm sie noch. Ich hab's gar nix. Was ist denn? Hier, Rollo! Da kenn ich nichts. Alter Verwalter. Ey, wie groß die Map einfach ist, oder? Das ist echt nicht mehr normal. In the Forest 1, da hast du genau gewusst, wo alles ist. Da hast du die Insel gekannt. Ja. Ich bin jetzt irgendwie wieder bei unserer Höhle. Loot jetzt erst noch mal. Oha, oha, es ist heiß, ich bin tot. Was hast du bei der Höhle gemacht? Was war denn da jetzt so? Ich mach einfach... Ich mach einfach ins Borden, komm scheiße aus. Ja, aber was... Ja, was ist denn da jetzt passiert? Ich bin vom Berg geflogen. Ach so. Oh geil, hier kann ich schöne looten, alter. Ich seh's. Boah, jetzt ruft doch Stefan schon wieder an! Mann! Hm. Sind Fiecher bei dir näher? Doch, ehens, ja. Jetzt hab ich hier dieses Ding wieder hier... Ja, du fragst. Hier ist dieses Ohr auf der Karte, ja. Alter, 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 alter! Alter, alter, alter! Die dumm Schweiner! Ich muss das mal achten scheiße! Hier bin ich überfordert. Warum? Ja, ich kann meine Axt in den Land nehmen. Ach so. Ich muss noch mal die ersetzen. Ich muss da hin... Wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn unsere Zuhause? Ach, das heißt, es ist denn jetzt unser Zuhause? Lauf die Richtung Zuhause. Keine Ahnung. Ich denke mal. Doch, da ist es da, muss es sein. Und du hast es jetzt verloren? Liegt das Ding im Wasser. geht doch aus dem wasser raus du homo die stehen hier im wasser alter die warten auf mich alter man die also wo wir da wirklich hin oder der wieder angerufen oder ja ich glaube der telefoniert auch noch aber da kommt wenigstens mitgelaufen geil geil wenn man hier alles gut zu sehen würde viele möglichkeiten sind sie eigentlich nicht das wird so sein vorne darfst du wieder hin herum kriegt die kretze alter freimann die rammeln aber von mir weg mein typ hat hier ist der typ ist ja schon losgeschnitten ich bin jetzt da wo wir gebaut haben scheiße falsch haben kann jede seite mehr mitnehmen scheiße ist es unser zu hause ja dann machen wir erst mal pause ich bin schon in der hütte unten wo bist du ich bin schon in der hütte unten was für eine hütte wo wir unsere basis haben das ist dort ja freilich ich glaube wir kommen in die falsche richtung alter übrigens hier ist dieses laser ding denn der laserstab oder das ist ja elektrochocker haben wir den ist schon ich bin jetzt eh und ja ich komm aber weil ich hier so ein zelt aufgebaut habt nee das war ich total einfach zu finden das ist der traum von der polinziehe mit dem auch hier ist wieder die musik ich bin am lager um an dem glän hier so medizin zweimal medizin ach das geht mir jetzt schon gesagt ich jetzt auch noch muss er während der aufnahme wusste jetzt noch hier diese schweiß warum denn ich fühle das ding geblieben oder da kriegt die usv wieder nicht an und sowas sind elektrochocker oder stefan kriegte seine schweiß jungen steige schnell aus voraus steckt gerufen ja ich habe ich nicht wollen wir gleich schön groß ja gar nicht liebe grüße danke dass er unsere aufnahme unterbrochen hat es gibt nur noch wissen es war ja mal wieder der richtige wilde folge hier alter ja ist dann will ja doch erstmal das ganze fleisch aufhängen wird ich habe mich jetzt schon mal hier aus der folge hinaus muss noch mal ganz schnell weg und dann geht's weiter das war recht herzlich bei den ganzen leuten hier durch diese ganze scheiß rennerei die wir jetzt hier hatten und so und dass wir hier gestört worden sind von der arbeit aber wir bedanken uns trotzdem bevor ihr mal zugeschaut habt bei dem mist gell ist doch noch sehr toll mit euch ja ich bin für wieder tut aber so